Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Hertha BSC vor 50.000 Zuschauern. Wenn das der Standard ist für dieses Wochenende, dann wird es ein spektakuläres Bundesliga-Wochenende. Ich darf unseren Gästetrainer begrüßen, Jürgen Klinsmann, herzlich willkommen in Frankfurt. Und natürlich unseren Trainer Adi Hütter. Herr Klinsmann, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, ich denke, wir haben alle ein packendes Spiel gesehen. Ja, sehr kampfbetont, was wir alle auch erwartet haben. Wenn wir natürlich schon mal 2-0 führen, dann hätte man natürlich gerne auch drei Punkte mitgenommen. Aber ich denke, das Unentschieden geht absolut in Ordnung. Die Eintracht hat vor allem die zweite Halbzeit unglaublich in Druck gemacht. Wir haben noch versucht, darauf zu reagieren, die Seiten zuzumachen mit unseren Auswechslungen zum Schluss noch hin. Ich denke letztendlich, das 2-2 ist absolut in Ordnung. Für uns ist es ein großer Schritt nach vorne, weil wenn man unten drin hängt, da nimmt man jeden Punkt gerne mit, vor allem auswärts. Ich bin jetzt gerade mal eine Woche in dieser Rolle und es ist wirklich spannend, diesen Prozess mitzuerleben mit dieser Mannschaft, die wirklich gewillt sind, zuzuhören, Dinge umzusetzen in einer sehr schnellen Zeit. Und da ist was am Heranwachsen. Wir wissen, es geht nur einen Schritt nach dem anderen und einen Tag nach dem anderen. Deswegen sind wir sehr zufrieden, mit diesem Punkt nach Berlin reisen zu dürfen und wollen dann drei Punkte nächste Woche. Vielen Dank. Adi, wie hast du das Spiel gesehen? Nicht ganz gleich, so ehrlich bin ich. Und trotz allem gratuliert zum Punkt, Jürgen. Wenn ich das Spiel über 90 Minuten sehe, wenn ich die Statistik sehe, die ja nicht lügt, dann glaube ich sehr wohl, dass wir nach 0-2 in einer schwierigen Situation, wenn man dreimal verliert, unglaublich gut zurückgekommen sind, wie die Mannschaft bis zum Schluss gefeiert hat, ist einfach sensationell. Er hat ja noch die große Möglichkeit, durch Selke das Spiel noch zu gewinnen, aber in Summe gesehen finde ich einfach, dass wir das Spiel gewinnen hätten müssen, weil den Aufwand, den wir betrieben haben, für das haben wir zu wenig Ertrag. Wir müssen den Punkt jetzt so mitnehmen. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs. Zwei Tage weniger Regenerationszeit, ich glaube gefühlte 10, 12 Spiele mehr als der Gegner. Da kann jetzt der Jürgen nichts dafür, aber das ist Fakt. Und wenn ich sehe, wie die Jungs bis zur 90. Minute marschieren, ich hätte das Gefühl bis zum Schluss gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich habe heute auch keine gute Schiedsrichterleistung gesehen, obwohl vielleicht die entscheidenden Situationen richtig bewertet wurden. Die Aktion mit Almami Torey, wo er klar am Ball ist und dann eine gelbe Karte gibt, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und diesen Vorwurf muss er sich auch gefallen lassen. Wir eröffnen die Fragerunde. Frank Hellmann. Herr Klinsmann, hallo. Man hat ja zwei Mannschaften gesehen, die eigentlich in einer identischen Grundordnung angetreten sind. 3-5-2-System, Dreierkette. Nun war das aber im Spiel völlig anders. Die Eintracht schiebt beide Außenverteidiger sehr hoch. Ihre Mannschaft stand oft mit der Fünferkette dann gegen den Ball. Sollte das so sein und wird diese Formation auch die sein, die Sie jetzt auch zumindest bis Ende der Hinrunde durchziehen? Und wo sehen Sie da noch Verbesserungsbedarf? Ja, in gewissen Aktionen und Phasen sollte das so sein, dass wir uns ein bisschen tiefer fallen lassen und auch ein bisschen auf die Schnelligkeit vorne von Selkio und Luki Bakio dann hoffen. Und ich glaube, das erste Tor war herrlich herausgespielt. War eine schöne Aktion. Nein, also wir wachsen ja jetzt gerade erst zusammen. Also wir arbeiten jeden Tag jetzt miteinander, um uns besser kennenzulernen. Ich muss ja auch erst mal wissen, bei jedem Spieler, wie seine Stärken, Schwächen genau ausschauen, was das beste System dann letztendlich auch ist. Oder du warst ja ohnehin als Trainer, da haben wir immer, was weiß ich, zwei, drei, vier verschiedene Ansätze. Das war jetzt mal gegen BVB für uns und auch gegen die starke Eintracht, die Anfangsformation in diesem 3-5-2 oder 5-3-2, egal wie du das nennen möchtest. Wir wollen natürlich variabel werden. Es kommt natürlich auch darauf an, wie du die Außen positionierst, was eigentlich bei der Eintracht relativ klar ist. Aber das machen sie wirklich klasse, wie sie das eingespielt. Und da haben wir schon noch einen Weg vor uns. Aber wir werden schon variieren. Und da hoffen wir, dass wir die nächsten Spiele sehen, was am besten ist für die Mannschaft. Benjamin Hoffmann. Ja, hallo, Herr Hütter. Es ist jetzt das vierte Spiel in Folge in der Liga, das Sie nicht gewinnen konnten. Heute hat man zumindest ganz klar der Mannschaft nicht wirklich einen Vorwurf machen können. Trotzdem, wie packt man eine Mannschaft auch in so einer, ich nenne es mal Ergebniskrise, an? Und wie kriegt man sie dann wieder in die Spur, dann tatsächlich auch am nächsten Wochenende dann vielleicht die drei Punkte wieder zu holen? Was die Ergebnisse betrifft, sind wir sicherlich nicht ganz zufrieden. Wenn ich aber sehe, wie die Mannschaft am Platz Fußball spielt, dann wird man nicht Angst und Bange. Wir haben ein richtig schlechtes Spiel gemacht, das war gegen den VfL Wolfsburg zu Hause. Ansonsten, ganz egal wo wir auch verloren haben, haben wir uns immer ordentlich präsentiert. Es fehlt vielleicht auch in gewissen Situationen das Quäntchen Glück. Wir müssen uns auch in Zukunft, was die Defensive betrifft, in solchen Aktionen wie bei den Tore, da müssen wir uns besser anstellen. Das ist genau das, wo uns momentan in einen Zustand bringt, wo es einfach schwierig ist. Weil wenn du 0-2 zu Hause zurück bist und vorher die drei Spiele verloren hast in der Meisterschaft, können Sie sich vorstellen, wie schwierig das ist. Und das kenne ich, weil ich selber mal Fußball gespielt habe. Der Jürgen weiß das auch. Aber wie die Mannschaft dann zurückkämpft, zurückfightet, mit dem Publikum im Rücken, das ist einfach für mich einzigartig. Und da werden wir auch den Hebel weiterhin ansetzen, dass wir positiv bleiben, dass wir gute Ansätze auch weiterhin zeigen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis hat für mich nicht gepasst, was ich gesehen habe, war auf dem Platz. Und wir werden schon wieder zurück in die Spur finden. Anja Pahl. Und das passt so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte. Was war das dann nach dem 0-2? War das dann Wut, die Ihre Mannschaft gepackt hat? War das der Mut, der Verzweiflung? Wie würden Sie es einordnen? Mut haben wir grundsätzlich immer. Wut auch, muss man ganz klar sagen. Weil einige Entscheidungen waren die natürlich in der Motion heraus, kann man sich ja vorstellen, dass es nicht immer angenehm ist. Schiedsrichter hat es ja auch nicht immer einfach. Trotz allem haben wir in der Halbzeit angesprochen, dass wir einfach noch mehr tun müssen, dass vielleicht momentan alles ein bisschen gegen uns ist. Und dann kriegst du noch das zweite Tor. Das ist einfach psychologisch eine ganz schwierige Situation. Aber wie wir uns da selber wieder rauskämpfen, rausfighten, wir haben dann nachher mit dem Wechsel noch mal alles probiert. Gelser dann rausgenommen, die einfach die defensivere Variante ist, mit Sepplerode in den Offensiven gebracht. Gott sei Dank auch das Tor erzielt hat. Aber in Summe gesehen haben wir ein sehr, sehr gutes Heimspiel, finde ich, gemacht. Benni Hoffmann vom Kicker. Herr Klinsmann, Sie haben mit Löwen für Duda relativ früh einen defensiven Mittelfeldmann gebracht. War das womöglich zu früh, das Signal tiefer zu stehen, vielleicht das 1-0 zu verwalten? Nein, also mit Verwalten hat es nichts zu tun. Andre war kurz vor der zweiten Game. Er war hochgefährdet in dem Moment. Es war einmal ein Foul unterlaufen, gerade davor. Wir haben schon zur Halbzeit überlegt. Der Edi hat sich ja schon zur Halbzeit warm gelaufen. Dann habe ich ihm immer mal gesagt, also Andre, du musst wirklich jetzt aufpassen. Du musst wirklich aufpassen. Und dann unterläuft ihm sofort auf der rechten Seite ein kleines Foul. Und dann haben wir es schon auch kapiert. Also wir müssen auch reagieren. In dem Moment, weil der Edi eigentlich auch mehr ein Sechser ist, sind wir dann auch tiefer gefallen. Er hat eigentlich unglaublich gut gearbeitet und auch viele Bälle abgelaufen. Aber wir standen dann zu tief. Aber es war eigentlich vielleicht geplant für, ich sage jetzt mal, Minute 70 oder 75 und nicht gleich kurz nach der Halbzeit. Weitere Fragen? Frank Helmann nochmal. Noch mal eine Frage. Sie waren ja als Trainer aus der Bundesliga ziemlich lange raus. Sie haben die Bundesliga immer beobachtet, immer verfolgt, auch ja kommentiert bei RTL. Wenn Sie jetzt so nah am Spielfeldrand sind und das als Trainer sind, was hat sich denn am meisten verändert? Körperlichkeit, Athletik? Ja, ich denke, die Bundesliga orientiert sich wie alle großen Ligen in Europa, immer im internationalen Fußball. Die Eintracht ist da mittendrin, fast jede paar Wochen. Der Maßstab ist immer die Champions League. Die Champions League ist ja auch der Maßstab für die Nationalmannschaften. Diese Dinge, die wir in der Champions League, wir Trainer beobachten dürfen, die werden dann bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften umgesetzt von den Nationaltrainern. Ich meine, klar, die Bundesliga gehört mit in den Top 4, 5 Ligen in der Welt. Da wird immer die Messlatte nach oben geschraubt, ob das für die Spieler ist oder für die Trainer. Das ist etwas ganz Spannendes. Der Fußball verändert sich ständig. Er wird natürlich immer dynamischer, er wird immer schneller, auch in diesem Sinne. Also wenn man sich da mal zum Spaß ein Spiel anschaut vor 20 Jahren und man schaut sich ein heutiges Spiel an, da denkt man, das war vor 20 Jahren eine Altherrenmannschaft, aber war sie nicht. Also das ist schon beeindruckend, aber dieser Trend wird ja vorgegeben für uns von der Champions League, von den Top-Mannschaften, den Top-8 oder 10 Mannschaften, wo wir uns dann orientieren, was dort alles gemacht wird. Und ich glaube, es ist toll zu sehen, was die Eintracht da seit zwei Jahren international abliefert. Das ist bemerkenswert. Und deswegen, also es ist einfach schön, das zu sehen. Vor allem für mich, jetzt aus der Weide zu kommen, jetzt mal wieder mittendrin zu sitzen und mithelfen zu dürfen. Das ist schon spannend. Gut, in diesem Sinne, wünsche ich den Gästen aus Berlin eine gute Heimreise und allen hier ein schönes Wochenende. Dankeschön. Gleichfalls. Danke. Danke. Danke.